Hör doch mal ab! Heutzutage ist eine Beziehung längst nicht mehr so persönlich, wie es von außen oft aussieht. Dann bist du ratzfatz, bist du da austauschbar. Der ist doch irgendwo weggelaufen, oder? Bernd. Beziehung ist heute wie Bundesliga. Früher sind die Spieler doch ihr Leben lang bei einem Verein geblieben. Wie wär's, wenn wir mal wieder zusammen wegfahren? Ein Wochenende. Heute werden die nach drei Monaten ausgeliehen, spielen die nächste Saison ganz woanders oder im Ausland. Und wenn du da mitspielen willst, dann musst du Blut grätschen mit solchen Stollen. Das Ganze ist ja gleich vergessen.